Hasta Prasarana Siddhasana ist die Stellung des Vollkommenen mit ausgebreiteten Händen. Im Siddhasana gib die Arme zur Seite und lass die Handflächen nach oben zeigen. Fühle dich geöffnet nach oben zur Kraft des Himmels. Hasta Prasarana Siddhasana ist eine schöne Übung zur Anfang der Meditation. Wenn du um Segen bitten willst, wenn du dich öffnen willst für die spirituelle Kraft des Himmels und des Göttlichen.